Einige Politiker und Experten fordern Mehr Polizei! So könne man Terroristen abschrecken. Außerdem könnten mehr Polizisten nach Terroristen suchen, bevor sie einen Anschlag verüben. Und an den Grenzen könnte dann auch strenger kontrolliert werden, wer ins Land kommt. Manche Politiker sind anderer Meinung. Mehr Polizei bedeutet nicht gleich mehr Sicherheit. Die Polizei könne nie überall sein, egal wie viele Polizisten es gibt. Und wenn an den Grenzen wieder kontrolliert würde, käme es dort auch zu langen Warteschlangen. Und ob so weniger Terroristen ins Land kommen, sei unklar. Beim nächsten Beispiel geht es um Überwachung. Einige fordern, wir brauchen mehr Überwachung. Sie wollen mehr Kameras, überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten. Außerdem sollen Internet- und Telefongespräche besser überwacht werden. So könnten gefährliche Menschen leichter entdeckt werden. Andere finden mehr Überwachung gar nicht gut. Mit den Kameras werden schließlich alle Menschen überwacht. Sie sagen, das sei nicht richtig. Denn so würden auch diejenigen überwacht, die friedlich sind. Das gleiche gelte auch für die Überwachung von Internet und Telefon. Also, manche Vorschläge hören sich gut und einfach an. Trotzdem muss ganz genau überlegt werden, welche Folgen sie haben könnten. Sie denken, was sie nichtры detonieren. Sie unseren Körper. So, entweder die Erleimungsbarkeit. S.